In Spektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen In Spektrum-Folge und zum zweiten Teil von Toxische Männlichkeit. Ich bin Delphine, Pronomen MMS26 aus NRW in Deutschland und ich bin Raven Collector. Zu meinem Label-Berg gehören unter anderem ROAs, Agenda Flux, Voidarian Flux, Gender Punk, Nomi Fluid Flux und Spoonie. Mit dabei sind auch im zweiten Teil wieder Chris und unsere Gastpersonen Elias und Florian. Hallo, ich bin der Chris, ich bin 39, ich bin weißer Cis-Mann, ich bin demisexuell und grey-aromantisch und ich wohne in Deutschland. Ich bin Elias, 28 Jahre alt, hahnsexuell und wohne in Leipzig. Ich bin Florian, 21 Jahre alt, ich benutze eher I-Pronomen, bin ROAs, weiß und komme aus Köln. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, was Männlichkeit ist, was Weiblichkeit, was hegemoniale Männlichkeit bedeutet und was toxische Männlichkeit. Wir haben diskutiert, wie sie sich äußert, warum alle Menschen toxische Männlichkeit und das Patriarchat stützen können und damit alle in der Verantwortung sind und wo Intersektionen liegen. Heute geht es mit den Konsequenzen aus all dem weiter, aber auch, was kritische Männlichkeit eigentlich ist und was alternative Männlichkeitsbilder denn sein können. Wie im ersten Teil gelten auch hier wieder allgemein die Inhaltswarnungen, Geschlechterstereotype und Geschlechterrollenklischees, die binäre Geschlechterordnung, toxische Männlichkeit und wie sie sich äußert, das Patriarchat, teils gibt es binäre Sprache, Abwertung vom Performen von Weiblichkeit durch Personen, denen bei der Geburt ein männliches Geschlecht zugewiesen wurde und Objektifizierung insbesondere von Frauen. Alle Inhaltswarnungen, also auch die, die nur für Abschnitte der Folge gelten, findet ihr wie üblich mit genauen Zeitangaben in unseren Shownotes. So könnt ihr frei entscheiden, ob ihr euch gerade mit dem Hören der Folge oder Teilen davon wohlfühlt, ob ihr Stellen überspringen möchtet oder sie zum Beispiel lieber in einer sicheren Umgebung anhören möchtet. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Nachdem wir jetzt ungefähr wissen, was toxische Männlichkeit ist, wie sich diese äußern kann und auch Intersektionen betrachtet haben, schauen wir uns doch mal ganz konkret ein paar Konsequenzen von toxischer Männlichkeit an. Und da hätten wir einmal zum Beispiel die Objektifizierung der Frau. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel dieses Frau als schmückendes Beiwerk, das Thema Trophy Wife, was wir schon vorher hatten. Aber auch, und das auch mehr im Zusammenspiel noch mit Sexismus und Misogynie, dieses sexy Kleidung würde bedeuten, dass die Frau oder eigentlich auch generell Leute, weiblich gelesene Personen, Flinter, aber vielleicht nicht ganz so arg, eigentlich auf alle bezogen, die Person wollte Sex, nur weil sie sich so kleidet. Aber wir haben da auch noch jede Menge andere Sachen. Mag vielleicht von euch noch wer eine Konsequenz ansprechen? Ich wollte da gerade noch einwerfen, gerade zu diesem Punkt, sexy Kleidung. Da ist ja auch dieses unglaublich nervige Thema für die Aces, so dieser schöne Ausspruch von dafür, dass du Ace bist, ziehst du dich aber ganz schön sexy an. Das kommt auch aus dieser Richtung. Ja, stimmt. Das übergebe ich direkt mal an Elias, ja. Ja, ich hätte da höchstens noch angemerkt, dass dann eben das verneint wird, wenn man sagt, ja, wenn du Ace bist, dann musst du dich ja anziehen, als wärst du einen Kartoffelsack oder musst tatsächlich einen Kartoffelsack anziehen. Und da hast du irgendwie nicht Klamotten anziehen, bei denen man erkennt, oh, du hast, keine Ahnung, du hast keine kurzen Hosen anziehen, weil, oh mein Gott, man sieht deine Beine. Ja, cool, es ist aber warm im Sommer, danke. Was ich, Entschuldigung, da bin ich kurz in den Rant-Modus verfallen. Alles gut, es stimmt, ja. Also entweder bist du dann in Anführungszeichen zu hot angezogen oder du bist da tatsächlich sehr heiß angezogen und kochst dann. Touché, sage ich dir nur, touché. Die Konsequenzen von dieser toxischen Männlichkeit sind ja auch, dass im Umgang mit Homosexualität, Schrägstrich Homosexualität bei Frauen und Homosexualität bei Männern unterschiedlich umgegangen wird. Also dass eben, wenn ein lesbisches Paar vor jetzt Männern ist, dass die häufig dazu animiert werden, noch zu performen, in Anführungsstrichen, damit die Männer sich drüber freuen. Und die Männer sich dadurch noch besser fühlen, weil sie dann eben sagen, boah, brauchen eigentlich immer den richtigen Mann. Und bei homosexuellen Männern wird es eher als Bedrohung wahrgenommen, dahin gehen, dass es einfach halt nicht männlich sei, mit einem anderen Mann zu schlafen. Und die weibliche Sexualität, Schrägstrich, dass da Frauen miteinander sich lieben oder sich lieben oder zwei weiblich gelesene Personen, so formuliert, das ist dann dafür da, dass Männer sich drüber freuen können. Und dann kommt ja auch dahingehend noch diese sehr eklige Aussage, was du bist lesbisch, du musst eigentlich nur mal mit dem richtigen Mann schlafen. Und psychische Krankheiten in dem Kontext auch entweder nicht richtig diagnostiziert oder seltener diagnostiziert werden, sondern einfach als Charakterschwäche ausgelegt werden. Und insgesamt, glaube ich, eben die Emotionen komplett verneint werden oder sexualisiert bei Männern, damit sie nicht als schwach, Schrägstrich, weiblich gelten, weil es da oft in einem Punkt zusammengelegt wird. Und eben Sensibilität nicht als eine normale Charaktereigenschaft gesehen wird, sondern als Schwäche ausgelegt wird. Und dann eben das Stichwort tödliche Männlichkeit nochmal gut dargelegt werden kann, dass eben Männer seltenere Gefühle sprechen, dadurch auch nicht zur Therapie gehen und das dann auch häufig dazu führt, oder ich glaube, es ist sogar empirisch bewiesen, dass sich mehr Männer als Frauen umbringen und vor allem die Suizide bei Männern viel drastischer von der Ausführung sind. Also während Frauen und weiblich gelesene Personen, die Suizid durch Tabletten über Dosis wählen, sind Männer eher die Gruppe, die sagt, ja, ich schmeiße mich von einem Haus runter oder ja, ich springe vor einem Zug. Was einfach viel brutaler dahingehend ist, dass andere Personen eben in Mitleidenschaft gezogen werden, weil das ja viel mehr Auswirkungen auf die anderen Personen hat. Hallo, hier Delfin aus der Nachbearbeitung. Wir möchten keine Wertung zwischen verschiedenen Suiziden vornehmen und denken auch nicht, dass suizidale Menschen sich lieber in Anführungszeichen allein statt öffentlich umbringen sollen, um die Menschen im Zuge des Suizids in Mitleidenschaft zu ziehen. Wir möchten auch nicht sagen, dass die Suizide von Frauen oder Männern durchschnittlich schlimmer beziehungsweise harmloser wären als die jeweils anderen. An der Stelle sei noch hinzugefügt, dass es statistisch mehr Suizidversuche von Frauen gibt als von Männern, die von Männern aber tendenziell in Anführungszeichen aggressiver sind. Das heißt zum Beispiel, es werden Vorkehrungen getroffen, um nicht gestört zu werden, dass sie in Anführungszeichen öffentlicher sind oder mit deutlicherer Sterbeabsicht. WissenschaftlerInnen vermuten da einen Zusammenhang mit traditionellen Geschlechterrollenbildern. Zur Suizidrate von Nicht-Minären und Trans-Personen gibt es wenig Zahlen, allerdings wird vermutet, dass diese wesentlich höher liegen könnten als bei Cis-Personen. Aber unabhängig von der Art geht es beim Thema Suizid darum, was wir tun können, um Menschen zu helfen und zu unterstützen und Suizide vorzubeugen. In jedem Fall ist das, was zum Suizid führt, und da können toxische Männlichkeitsbilder auch ein Teil von sein, gleichermaßen ernst zu nehmen. Solltet ihr euch aktuell in einer psychischen oder suizidalen Krise befinden, haben wir die Nummern der Telefonseelsorge in Österreich und Deutschland und der dargebotenen Hand in der Schweiz in unseren Shownotes verlinkt, damit ihr dort Unterstützung bekommen könnt. Und bei Frauen werden die Schmerzen insgesamt auch weniger ernst genommen oder gar nicht ernst genommen, was eben dazu auch führen kann, dass eine Diagnose verspätet oder gar nicht gestellt wird. Und das ganz klassische, oder der ganz klassische Punkt, dass eben Männer seltener zum Arzt gehen, egal welcher Arzt, jetzt könnte man da sagen, okay, es gibt den Urologen und es gibt den Gynäkologen und warum müssen Frauen immer zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin und warum halten das Männer nicht für sinnvoll und notwendig, regelmäßig zum Urologen zu gehen? Also es ist ja egal, welches Geschlecht du hast, du solltest einfach dich um dich selbst kümmern, weil man ja sich eingestehen müsste, okay, ich bin vielleicht doch gebrechlich, ich bin doch ein Mensch, der Beschwerden haben könnte. Und eben dem Männerbild nachempfinden oder ein bestimmtes Männerbild vorspielen, um halt an die jeweilige Peergroup sich anzupassen und auch die eigenen Gefühle zurückzuhalten, zu unterdrücken oder nicht nach außen zu zeigen und auch nicht benennen können, was ihre Gefühle sind. Und da gibt es, finde ich, auch noch den spannenden Hinweis dahingehend, dass es mal ein Interview in der Süddeutschen Zeitung gab mit einem Paartherapeuten und der wurde gefragt, was sind die häufigsten Gründe für eine Trennung in heterosexuellen Beziehungen. Und er meinte, die Dreifachbelastung von Frauen und die Frauen müssen praktisch einerseits die Liebhaberin oder halt einfach die Person sein, die die Männer lieben, müssen dann den ganzen Haushaltgruppen, also Care-Arbeit und müssen zusätzlich noch die emotionelle Last der Männer tragen, weil die Männer haben ja Gefühle, die unterdrücken sie nur die ganze Zeit, irgendwann bricht das aus. Wem erzählen sie es logischerweise ihrer Frau? Anstatt zur Therapie zu gehen und die Frauen müssen dann noch diesen ganzen Ballast der Männer, weil die auch nicht die Energie aufbringen wollen, sich um ihre Freundschaften zu kümmern oder einen Freundeskreis zu erhalten, alles auf die Frau drauschmeißen. Also das, finde ich, ist noch so eine ganz krasse Konsequenz von diesem, ich kann meine Gefühle, ich möchte meine Gefühle nicht fühlen, ich unterdrücke sie und ich kann sie dadurch auch nicht benennen. Und eben Gewalt in jedweder Form als ein Ausbringung von Dominanz gesehen wird oder als Dominanz geboren, um sich eben durchzusetzen. Und einfach eine Konfliktstrategie, die halt komplett fehlschlägt, weil die eigenen Gefühle nicht benannt werden können, nicht erkannt werden und man sich dementsprechend auch nicht um sich selbst kümmern kann, indem man sich selbst mal kritisch reflektiert und an seinem Verhalten arbeitet. Ja, da kann ich aus Erfahrung sagen, dass ich das auch sehr kenne, vor allen Dingen von früher, wo ich mir auch einfach nicht erlaubt habe, über meine Gefühle zu reden, weil ich halt auch ein bisschen dieses, was denkt da meine Peergruppe von mir, lassen die das überhaupt zu, dass ich das mache? Ich denke, die Erfahrung haben auch mehrere gemacht, mit denen ich geredet habe. Also es ist nicht nur eine Sache von einem internen Kampf, sondern es muss halt auch extern passen im Umfeld. Auch so dieses Ding mit der Arztpraxis, also es muss ja nicht mal Urologie versus Kynäkologie sein, dass es generell irgendwie ein zum Arzt gehen sein, oh, mir tut der Rücken weh, ach ja, ich mache mal einen Spaziergang, ich laufe das schon irgendwie weg, walk it off, das wird schon wieder. Ja, gibt es irgendwie Statistiken, dass viele Männer bei Schmerzen davon ausgehen, dass das schon einfach wieder weggehen wird und das einfach niemandem mitteilen? Ich finde an unseren, an den Beispielen für Konsequenzen, die wir jetzt bis gerade hin schon hatten, wird auf jeden Fall auch deutlich, dass der Ist-Zustand, den wir gerade haben, einfach super vielen Leuten schadet, weil wir haben einerseits Schmerzen bei Frauen, werden weniger ernst genommen, weil die sind ja sowieso die emotionalen, der emotionale Part der Bevölkerung, der sowieso auch über sich reden kann, über die Gefühle und andererseits haben wir dann aber die Männer, die, weil sie sich nicht trauen, über Gefühle zu reden, nicht drüber reden möchten, weil einfach auch, dass ja die Atmosphäre nicht da ist, in der Mensch sich auch sicher genug fühlt, um darüber zu sprechen, wo wir dann ja eigentlich nur verlierende Leute haben in der Situation, die wir haben. Ja, und weil dann so wenige darüber sprechen, wird es auch nicht besser, habe ich das Gefühl, oder nur sehr langsam besser, weil langsam Leute darüber sprechen. Na ja klar, man will halt keine Schwäche zeigen, dass das halt dann gleich irgendwie doppelt gemoppelt. Ich will nicht zugeben, dass ich als männlicher Mann auch irgendwie Schmerzen haben kann und dann will ich vor allem nicht zugeben, dass ich irgendwie Gefühle habe und vielleicht über genau diese Thematik reden will, weil das ist ja, das macht man ja nicht. Das ist ja auch wieder so eine Abwägung, ist das, was besser wird, wenn ich drüber rede, mehr wert, als das, was schlechter wird, wenn ich drüber rede, durch die Peergroup oder so? Das ist richtig, ja. Und ich denke, dass sich dadurch auch eine unheimlich angelernte Barriere irgendwann aufbaut, die dann je weiter sie sich aufbaut, desto schwerer wird es auch dann wieder, das überwinden, wenn man sich dann wirklich traut und das schafft, über Gefühle zu reden und so. Ja, das ist halt auch dann dieses anderlernte Ding. Die anderen leben es einem halt auch vor, das ist halt so ein Selbstbestärken des Dingens irgendwie. Und das Einzige, was halt vielleicht funktionieren würde, ist, wenn man irgendwie innerhalb von seiner Peergroup da ausbricht und dann zwei oder drei andere Leute plötzlich auch noch einsteigen und sagen, hey, ja, mir geht es genauso und dann hat man irgendwie dann die Basis. Aber wenn man halt allein dasteht und da direkt irgendwie kommt ein Aha, was ist mit dir jetzt los, dann hat man natürlich verloren. Ja, das Interessante ist, dass meine Peergroup im Nachhinein überhaupt nicht so war. Also, das ist eher etwas, was ich dachte, dass es so wäre, weil es mir halt auch über medial, da kommen wir später noch zu, oder so auch antrainiert wurde. Und ich deshalb diese Sorgen hatte. Ich glaube, also, ich hatte sehr viel Glück eigentlich mit meiner, mit meinen Leuten, mit meinem Freundeskreis. Und ich glaube, wenn ich das gemacht hätte und mich getraut hätte, wäre das eigentlich sogar gut aufgenommen worden. Das kenne ich auch so, wie steht die? Ja, ich glaube, das spielt aber auch noch das Alter eine Rolle. Auf jeden Fall. Also, beim Freundeskreis, glaube ich, hängt es halt einfach davon ab, wie der drauf ist und was die Geschlechterparität auch betrifft. Also, ich glaube, das spielt leider immer noch eine sehr große Rolle, wenn ich jetzt ein rein männlicher oder rein männlich sozialisierter Freundeskreis ist, dann ist das ausbrechender schwierig, weil ich glaube, da gibt es noch starke Beharrungskräfte. Und, ich glaube, jetzt vor allem Personen in meinem Alter, also eben ab 95, ab 90, also ab Geburtsjahr 90, da ist es deutlich nochmal anders geworden. Also, die Personen so 80er, 70er, ich glaube, da ist es einfach nochmal schwierig. Von davor müssen wir gar nicht erst anfangen zu sprechen. Da gab es das Konzept psychische Erkrankungen. In dem Sinne glaube ich einfach gar nicht. Und da wurde nicht drüber gesprochen. Ist meine Vermutung. Also, zumindest nicht im Mainstream, würde ich jetzt auch wild behaupten. Beziehungsweise war er auch nochmal wesentlich negativer behaftet. Sehr stigmatisiert, ja. Was wir noch für eine Konsequenz haben, ist zum Beispiel, dass Asexualität oft als Label verkannt wird, das nur Frauen haben können, also gar nicht irgendwie ein Label, das Männer für sich nutzen könnten, wo dann Asexualität einfach gesehen wird als eine Bezeichnung für Frauen, die kein Interesse an Sex haben oder sexuell unerfahren sind. Manche denken auch, dass das der quasi Normalzustand sei oder das, wie Frauen sich zumindest geben sollten, nämlich so, dass sie eigentlich gar kein Interesse an Sex hätten. Oder es wird auch als Stable für behinderte Menschen gesehen, weil Behinderten, das hatten wir ja bei dem Intersektionalitätsteil schon, generell Sexualität meistens abgesprochen wird, dass sie die überhaupt haben können. Und da spielt auch noch mit rein, dass die weibliche Sexualität einfach viel weniger ernst genommen wird, auch weil sie halt im Geschlechtermachtkonstrukt weiter unten stehen, weil sie objektifiziert werden, weil sie ja für den Mann zur Verfügung stehen sollen, auch beim Thema Sex und solange sie das tun, ist okay und dann ist der Rest nicht so ganz wichtig. Und das ist auch, was so ein bisschen mit reinspielt an das, was Elias vorhin angesprochen hatte mit dem unterschiedlichen Umgang mit Lesben und mit Schwulen, wo dann halt auch dieses, ja, Lesben können ja lesbisch sein, solange sie das aber machen, um Männern eine Freude zu machen. Weil das ist das Wichtige und der Rest, der ist nicht so richtig. Und deswegen kann das auch zu diesem unterschiedlichen Umgang führen. Da kriegt man halt ironischerweise in die andere Richtung dann auch wieder dieses Slutshaming irgendwie rein. Sobald sich die Frau dann irgendwie in sexueller Richtung irgendwie so verhält, wie es den Männern nicht gefällt, dann sind es plötzlich hier die Schlampen und sonst irgendwas. Genau, aber solange es irgendwas ist, was denen genehm ist, ist das wunderbar. Ja, wo dann ja auch, ich glaube, alle Aros, die weiblich gelesen sind, irgendwie so gar nicht in dieses Bild reinpassen, weil viele verbinden ja romantische Beziehungen, romantische Liebe und alles, was in dieser Ecke fällt, sehr mit Emotionen. Und Frauen sind die Emotionen, die emotionalen Parts unserer Bevölkerung quasi. Und die, die, die lieben. Und die Männer wollen den Sex, so super vereinfacht. Und da passt es überhaupt nicht rein, wenn jetzt eine weiblich gelesene Person aromantisch ist, also einfach keine romantische Anziehung verspürt und dann vielleicht auch gar keine romantische Beziehung haben möchte, aber Sex mag, weil das geht ja nicht. Die muss ja der emotionale Part sein. Naja. Ja, aber auch dieses, also gerade dieses Ding, so dass quasi die weibliche Sexualität irgendwie aus der männlichen Sicht kontrolliert wird, führt halt dann auch zu so unangenehmen Sachen, wie dass halt auf die Dauer dann man als Frau oder Finta-Person nachts ungern allein rausgeht. Was in die andere Richtung ironischerweise dann auch für Männer eigentlich gar nicht nice ist, weil die dann als gefährlich wahrgenommen werden. Das ist dann teilweise dieses, ja, in der Nacht auf dem Bürgersteig vielleicht dann doch auf die andere Seite wechseln, damit man irgendwie nicht bedrohlich für die Frau wirkt, die sich vielleicht irgendwie fürchten könnte. Genau, kann zum Beispiel dann genauso bei nicht-binären oder A-Gender-Menschen, die halt männlich gelesen werden, auch zu relativ großen Problemen führen, weil denen dann einfach nochmal vorgeführt wird, ihr werdet männlich gelesen und werdet als Bedrohung wahrgenommen in irgendeiner Form, auch wenn die sich selbst definitiv dann nicht als sowas empfinden. Und natürlich haben wir da auch wieder die Intersektionalität, wenn man dann zum Beispiel People of Color über den Weg läuft, die hypersexualisiert werden, dann kann es natürlich nochmal schlimmer sein. Ja, das ist alles so paradox, weil du bekommst als weiblich, beziehungsweise als weiblich sozialisierte Person, du bekommst von Kleinen aufzuhören, geh nachts nicht allein auf die Straße, bleib zu Hause oder geh mit einer großen Gruppe, in der genug Leute da sind, dass wenn was passiert, mindestens eine Person dabei bleiben kann und mindestens zwei Personen zusammen Hilfe holen können. und das bekommst du die ganze Zeit eingetrichtert. Und ich glaube, das führt aber auch so ein bisschen dazu, dass, also es ist eine Vermutung, dass vielleicht auch viele weiblich sozialisierte Menschen gar nicht so auf dem Schirm haben, dass das auch für Männer oder männlich gelesene Personen eine echt scheiß Situation ist. Weil, also ich kann da nur von mir sprechen, mir war es lange nicht klar, bis ich mit einer Person gesprochen habe, die dieses Ganze, die Assigned Male at Birth ist, die mir nicht sozialisiert wurde, aber, ja, kein Mann ist und richtig Struggle damit hat, dass sie aber als Mann gelesen wird und Frauen oder Flinterpersonen dann nachts Angst vor ihr haben oder haben könnten. Und das ist, ja, es ist so, ich weiß nicht, ich finde das so krass, das ist so ein, ich habe das irgendwo mal gehört, da wurde das als kollektives Versagen unserer Gesellschaft betitelt, dass das immer noch so ist. Und als ich das gehört oder gelesen habe, wurde da direkt dann gesagt, warum das nicht stimmt. Aber je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige und je öfter ich das höre, finde ich den Satz, also finde ich das doch irgendwie umso passender. Weil, also wir versagen ja nicht nur für die Leute, die sich dann nicht sicher fühlen, sondern auch für alle, die als potenzielle TäterInnen wahrgenommen werden. Also, mir ist sowas tatsächlich mal passiert. Ich bin mit einem Kumpel im Auto unterwegs gewesen und wir wollten Freunde besuchen in, ich weiß nicht mehr wo. Das war eine lange Strecke, wir haben irgendwo quasi Zwischenstopp gemacht, weil wir eine Tankstelle gesucht haben und da war es halt schon dunkel. Und zu der Zeit gab es kein Navi. Oh mein Gott, bin ich alt. Und wir wollten halt einfach schauen, finden wir irgendeinen Fußgänger, der uns sagen kann, wo wir eine Tankstelle finden. Und dann war halt irgendjemand Weibliches da gerade am Laufen und wir sind halt nebenhin gefahren, Fenster runterkurbelt und haben gesagt, Entschuldigung, kurz eine Frage. Und die hat die Beine in die Hand genommen, die ist einfach gerannt. Und das war so, also es hat sich sehr scheiße angefühlt. So, okay, ich wurde gerade als Bedrohung wahrgenommen, das ist nicht cool. Ja. Später haben wir dann jemanden gefunden, der gerade irgendwie in Jogginghosen unterwegs war, um Zigaretten zu holen. Der hat uns dann irgendwie einfach die Straße runtergelotzt. Ich glaube, 100 Meter weiter war dann die Tankstelle. Das hat sich dann irgendwie alles gefügt, zum Glück. Aber das für die Mädel ging mir definitiv irgendwie nach. Auch sowas, wo wir dringend dran arbeiten müssen. Und wo also definitiv klar ist, eigentlich um unser aller Willen, weil, also ich habe keine Lust, nur weil ich nachts im Dunkeln unterwegs bin, mich 10.000 Mal umdrehen zu müssen, auf dem Weg nach Hause das Handy schon bereit zu halten, um den Notruf zu wählen oder sonst irgendwas. Weil das ist nicht cool, aber genauso wenig ist es halt cool, wenn männlich gelesene Leute nachts rumlaufen und was auch immer fragen wollen oder sonst was. Und andere Leute haben so einen Schiss, dass sie weglaufen und es dann für alle Seiten einfach kacke ist. Ja. Aber auch da kann man wieder in die andere Richtung gehen und sagen, ja, die Frauen fühlen sich bedroht. Aber gleichzeitig entsteht dadurch halt auch dieser Irrglaube, dass auch nicht Männer irgendwie Opfer werden können. Wenn es zum Beispiel dann Fälle von häuslicher Gewalt gibt, dann melden das halt Männer nicht, weil, oh wow, ist das eine Schwäche zuzugeben, dass man vielleicht von seiner Frau irgendwie misshandelt wird. Dementsprechend wird das halt, also zum einen nicht ernst genommen, zum anderen melden es halt die Männer nicht. Bei Frauen kann man sagen, okay, wenn von denen ein Nein kommt, ja, dann wird es vielleicht nicht ernst genommen, aber bei den Männern darf das einfach gar nicht existieren. Was jetzt irgendwie bedeutet, im Sinne von Abneigung zu Liebe, Intimität oder sowas, auch da irgendwie ein Nein zu geben, ist für Männer eigentlich überhaupt nicht drin. Was halt auch gerne irgendwie dazu führt, dass sich die Männer halt dann nicht als Opfer bezeichnen dürfen. Mit der Wahrnehmung gemischt, dass einem halt auch überhaupt nicht geglaubt wird. Was halt dann dementsprechend auch, wenn man weitergeht, also natürlich, das führt dann natürlich auch zu psychischen Problemen an der Stelle, das bestärkt definitiv auch diesen Punkt, dass die männliche Suizidrate relativ hoch ist. Und um da nochmal irgendwie die Kurve zum Ace-Back zu kriegen, ist das natürlich dann halt auch der Hauptpunkt, warum männlichen Aces ihre Acenes abgesprochen wird, weil das kann eigentlich nicht sein, dass ein Mann irgendwie zu Sex Nein sagt, weil das ist absolut unmännlich. Ich habe mal in einem Ace-Back-Forum einen Post gesehen, wo es darum ging, dass wohl männlich gelesenen Personen der Tipp gegeben wurde, wenn sie angebaggert werden und eigentlich nicht wollen, sagen sollen, dass sie asexuell sind, weil dann irgendwie die Personen, die anbaggern, weniger sauer werden. Und ich weiß bis heute nicht, wie, also ob wie Standard diese Situation ist, dass Personen sauer werden, gerade, ja, in dem Sinne, aber es war scheinbar genug, um den Post zu machen. Also auf die Seite geht es dann quasi auch nochmal. Ich glaube, das ist vor allem im homosexuellen Kontext sehr weit verbreitet. Also das, was Frauen oder weiblich gelesene Personen jeden Tag leider erleben müssen, ist im homosexuellen Kontext nicht anders. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich in der Community lang war und vor allem bei Partys oder sonstigen Sachen musst du dich nicht wundern, leider, wenn du konstant von irgendwelchen Männern angesprochen wirst, meistens sind es dann aber auch Männer, bei denen du denkst, könnte es auch mein Vater sein. Und ich glaube, darauf bezieht sich das im Endeffekt mit dem A's. Weil dann halt die Personen nicht sagen können, was, warum, sondern halt, akzeptiere das einfach nicht. Also könnte ich mir als eine logische Schlussfolgerung vorstellen. Und ich glaube, das ist ja auch noch eine wichtige Konsequenz für oder von der toxischen Männlichkeit ist, dass eben durch diese, also durch die Medien, durch die Globalisierung, die westlichen Vorstellungen verbreitet werden und auch Vielfalt verdrängen. Und dass eben das Modell der Gewinner, in Anführungsstrichen, also westliche Männer, die die Macht über Ressourcen und Völker haben, immer weiter durchdringen, auch in andere Kulturen. Also ein gutes Beispiel, was jetzt noch nichts mit westlicher oder mit romantischer Vorstellungen hat, aber was ich sehr spannend finde, weil das so komplett konträr gegen die Kultur ist, dass in Indien, in der ja eigentlich traditionell eher vegetarisch gegessen wird und vor allem keine Kuh gegessen wird, weil die Kuh heilig ist, wird immer mehr Fleisch gegessen, weil die sich eben an den westlichen Lebensstandard anpassen wollen. Und durch eben bestimmte Filme oder durch bestimmte Ideale, westliche Ideale, passiert es ja im Endeffekt auch, dass komplett negiert wird, dass es andere Formen auch der romantischen Beziehung gibt oder auch nicht romantischen Beziehungen. Also ein sehr gutes Beispiel, dafür finde ich, hat Belle Hooks im Buch Lieben lernen gemacht, in dem sie eben sagt, dass dieses westliche Ideal von der romantischen Beziehung als das alles definierende Ideal komplett negiert oder verneint oder nicht berücksichtigt, dass es ja auch Freundschaften gibt, die fast genauso viel bedeuten können, nur mehr wie eine romantische Beziehung, die aber nicht eben sexuell aufgeladen sind. Die können romantisch aufgeladen sein, im Sinne von, man kuschelt gern miteinander, man empfindet unglaublich viel füreinander, man schwört sich einander Sachen, aber es ist halt nicht in dem klassischen Kontext von, oh, wir mögen uns sehr und fühlen uns körperlich zueinander hinzugezogen, sondern wir mögen uns als Person einfach so sehr, dass wir für immer miteinander zusammenbleiben wollen. Das fand ich spannend, weil das genau sich darauf auch bezieht, im Endeffekt, dass eben gesagt wird, dieses eine Ideal, das irgendwann mal weiße Männer erfunden haben, wird halt komplett durchgesucht, sind auf Sachen drüber gespielt, bei denen man denkt, ey, nein, das ist doch einfach. Und eben dadurch auch dieses Machtgefälle zwischen dem propagierten Ideal und dem, was tatsächlich vor Ort stattfindet oder was davor eben vorhanden war, immer größer und offensichtlicher wird. Genau. Und dann durch aber gleichzeitig auch die Vernetzung durch soziale Medien und andere Sachen wird der Status quo, also eben dieses Ideal auch hinterfragt und es gibt mehr Möglichkeiten für den progressiven Querfeminismus da eine Bresche reinzuschlagen und das Patriarchat wird jetzt auch kritischer gesehen als früher. Also allein die Methode-Bewegung spielt da eine große Rolle, aber auch die Gendersprache und die gleichgeschlechtliche Ehe. Also das ist ja auch ein bisschen traurig zu sehen, dass wir eine Partei 16 Jahre lang an der Macht hatten, die es dann geschafft hat 2017 mal zu sagen, oh, was? Es gibt Homosexuelle? Oh mein Gott! Was für ein Konzept! Die dürfen wir noch heiraten? Oh, das ist ja wirklich scheiße. Tut mir leid, meine Großmutter ist lesbisch und seit 40 Jahren mit einer Frau zusammen und als das passiert ist, haben wir einfach nur gesagt, ja, das hat lang genug gebraucht. Und es ist halt gut, dass es jetzt passiert, aber trotzdem denken Sie einfach nur so, 2017 wollt ihr mich verarschen? Es geht auch früher. Und dass eben auch die Hegemoniale, Entschuldigung, jetzt habe ich mir komplett in Rage geredet hier, die Hegemoniale Heterosexualität durch die queere Bewegung eben auch in Frage gestellt wird. Jetzt leider nicht global, weil ich glaube, in vielen Ländern herrscht das einfach vor. Also es gibt ja auch einfach noch Länder wie der Sudan, müsste es sein, wenn ich nicht falsch liege, in dem Homosexualität einfach noch mit der Todesstrafe bestraft werden kann, was einfach kaum, ja, ich kann es kaum verarbeiten. Und eben auch, es sehr unrealistisch ist, dass Männer Veränderungen im Sinne oder im Vorurteil von Frauen, weiblich gelesenen Personen oder Personen, die eben nicht dem typischen stereotypischen Männlichkeitsbild entsprechend herbeiführen würde, dass die Automanade bedeuten würde, dass sie Macht verlieren würden. Und ich fand es da sehr spannend, wir hatten da jetzt im Kolleginnenkreis eine Diskussion über die Frauenquote und da meinte eine Kollegin, sie versteht das gar nicht, dann werden doch auch Frauen oder weiblich gelesene Personen auf Stellen gehoben, auf die sie nur wegen dieser Quote gekommen sind und nicht wegen ihrer Qualifikation. Und dann ein anderer Kollege meinte, naja, und wie ist das vorher gewesen? Also ich glaube, Joachim rekrutiert auch gern Joachim anstatt Annika oder anstatt Ibrahim. Also im Endeffekt hat es davor auch stattgefunden, nur wurde es halt wie in Frage gestellt, weil, hm, wer hat die Debatte bestimmt? Und ein Joachim. Entschuldigung, ich habe hier nicht so einen Hass gegen Joachim. Sehr guter Name, sehr viel ankeres Fläche dafür. Oje. Ja, aber das kenne ich auch von mir selber. Also zu Schulzeiten noch dieses, ja, wir brauchen gar keine Frauenquote und dann kriegen irgendwelche Leute den Job, die den gar nicht verdient haben und so auch sehr, ja, hat leider sehr viel nachgeredet, diese ganzen Meinungen, die da auch in meinem Umfeld vorgeherrscht haben und, ja, eigentlich gar nicht verstanden, was eine Frauenquote eigentlich tatsächlich ist und warum sie wirklich gebraucht wird. Und ich glaube, das ist auch einfach dieses Narrativ von, ja, dann kriegt irgendeine x-beliebige Frau den Posten, die gar nicht qualifiziert ist, hat, also wer auch immer das in den Raum geschmissen hat, war sehr erfolgreich leider damit, weil, ich meine, nur weil ich die Frauenquote habe, gebe ich nicht irgendeiner Person, die die Anforderungen für den Job nicht drauf hat, den Job. Es ist einfach nur, also die Leute sind ja da, es ist ja nicht so, als hätte es bisher keine Leute gegeben, die, keine Ahnung, weiß ich nicht, den Finanzposten in Unternehmen XY haben wollten. sie haben ihn nur nicht bekommen, weil sie weiblich sind oder weil sie generell eine Flinterperson sind. Den haben halt die Männer bekommen und das ist auch irgendwo, ja, vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar so, dass du Leuten, die näher an dem dran sind, was du bist, einen Posten gibst, je nachdem, könnte ich mir schon gut vorstellen, aber, ja, so eine Frauenquote soll halt das, was im Moment nicht gut läuft, versuchen auszubessern, weil, ja, ohne den, ja, dass gesagt wird, du musst so und so viele Frauen einstellen, ist es halt unrealistisch, dass das auch passiert, aber es ist halt genauso unrealistisch, dass nur, weil ich eine Frauenquote habe, auf jeden einmal auf zehn Posten, bei zehn Posten insgesamt, fünf unterqualifizierte Leute da sitzen, das würde ja bedeuten, oh je, es, äh, studieren nur Männer das eine, oder lernen nur Beruf XY und da sind keine Frauen drunter, nicht eine einzige, die das lernt, das wäre ja auch irgendwie ein bisschen sehr an der Realität vorbei. Und wenn ich jetzt ganz, ganz zynisch bin, dann würde ich sagen, die fünf unterqualifizierten Leute sind eher die Männer, weil die nämlich ihre Spezies einstellen. Ich glaube, was da auch noch erwähnt werden kann, wenn jetzt jemand sagen würde, hm, aber Frauen studieren doch weniger technische Studiengänge oder was auch immer. ja, wir dürfen nicht vergessen, dass, ähm, ja, Frauen und weiblich gelesenen Personen eben auch der Zugang zur Bildung und den entsprechenden Studiengängen und den entsprechenden Berufsabschlüssen verweigert wurde. Das heißt, wenn die keinen Zugang haben, können die sich auch nicht vorbereiten und können dementsprechend auch nicht die Qualifikationen erwerben. Und dann beißt sich die Katze ja da komplett in den Schwanz, weil einfach, ähm, dann natürlich Joachim nur sagt, äh, ich nehme Joachim, der BWL studiert hat. Ja, geht nicht anders. Ich habe auch ein ganz spannendes Interview gesehen mit einem Psychologen, der erklärt hat, dass für Führungspositionen weiblich gelesene Personen häufig von den Qualitätseigenschaften her besser geeignet sind, aber tendenziell eher männlich gelesene Personen eingestellt werden. Weil, äh, gedacht wird, dass die, und das sind, waren auch teilweise aufgezählte, ganz klare toxische männliche, äh, Eigenschaften, die wir auch diskutiert haben, besser für Führungspersonen geeignet sind. Also, das hat auch mit Autorität zu tun oder wie mit Fehlern umgegangen wird, wie Fehler eingestanden werden, ähm, und so etwas. Ne, da kann man, glaube ich, noch kurz, äh, anmerken, dass eben die Eigenschaften, die bei Männern als Charakter stärker ausgelegt werden, wie ich setze mich durch, ich, äh, ziehe Sachen auch durch, wenn ich Widerspruch halte, dass die ja bei Frauen dann wiederum negativ ausgelegt werden oder bei weiblich gelesenen Personen. Also, kein Mann wird als Bossy oder als Bitch bezeichnet, aber eine Frau, wenn sie einmal sagt, du, ich will das so machen und ich ziehe das auch so durch, dann heißt es gleich wieder, sie ist ja gar keine Frau. Ne, sie zieht halt nur ihr Ding durch, lass sie doch machen. Also, ich finde, das ist noch eine wichtige Anmerkung dazu, dass eben, dass immer, oder nicht immer, aber sehr häufig negativ ausgelegt wird. Ja, definitiv. Ich glaube, bei dem Punkt, mit dem, dass Frauen auch der Zugang lange verwehrt war, kann man auch sagen, also, der Zugang an sich ist jetzt nicht mehr irgendwie durch irgendwelche Vorgaben oder sonst was nicht da, aber es ist immer noch so das weiblich gelesenen Personen beziehungsweise AFAP-Personen, die bei der Geburt als weiblich eingeordnet wurden. andere Dinge beigebracht werden in vielen Familien, in vielen Umfeldern, wodurch es dann auch schwerer sein kann, zum Beispiel einen technischen Beruf nachher zu wählen, auch wenn die Person, wenn das voll das Ding der Person ist. Aber es ist halt, je nachdem, hat es später ein Einstieg in das Thema überhaupt stattgefunden, weil das etwas ist, was weiblich gelesenen Personen nicht so zugetraut wird und was dann, wo dann eher andere Sachen gemacht werden, irgendwas im künstlerischen Bereich oder Care-Arbeit, in diesen Sachen, da wird dann mehr drüber geredet, wird mehr gezeigt, wird mehr beigebracht und dann kann es dazu führen, dass auch Leute, die gleich alt sind, vielleicht auch die aus demselben Umfeld kamen, einfach mit unterschiedlichen Voraussetzungen, zum Beispiel eine Lehre als Elektrikerin rangehen, einfach dadurch, wie unsere Gesellschaft momentan damit mit den verschiedenen Geschlechtern umgeht und ja, was wir wem zutrauen und was wir wem überhaupt erst beibringen oder von dem wir überhaupt denken, das könnte die Person interessieren und das ist so, immer noch so stark an ja, diese Geschlechterkonstrukte und Bilder orientiert. Franziska Schutzbach, also ich lese gerade das Buch von ihr, die Erschöpfung der Frauen, verweist auch nochmal sehr gut darauf, dass es wurde ein Experiment in der Schule gemacht, ich weiß aber leider nicht mehr in welchem Land, dass wenn eben Jungen und Mädchen in zwei Gruppen aufgeteilt werden und eine mathematische Aufgabe lösen, die Mädchen schlechter bewertet werden und sich selber schlechter bewerten von sich aus, wenn sie wissen, dass es um eine mathematische Aufgabe geht, wenn es aber nur darum geht, etwas zu lösen und der mathematische Kontext komplett weggenommen wird, dann schneiden sie, also nicht automatisch, aber schneiden sie in vielen Fällen besser ab als die Jungs und bewerten sich auch selber besser und das spielt genau darauf an, was du gerade gesagt hast. Das fand ich noch eine sehr spannende Sache, wo ich dachte, ah, das funktioniert ja in beide Richtungen, weil dann die Leute sagen, hm, ist doch normal, dass du als Mädchen nicht so gut Mathematik kannst und das Mädchen nimmt, oh Gott, wenn alle sagen, ich kann keine Mathe, dann kann ich ja wirklich keine Mathe. Ja, dann vielleicht noch zu einer weiteren Konsequenz, die uns aufgefallen ist, dass bestimmte Präsentationen von Maskulinität bei Männern aufgewertet werden, aber bei Nicht-Cis-Männern abgewertet werden oder auch, dass bei Weiblichkeit generell abgewertet wird, männlich präsentierende oder in Anführungszeichen oder in Anführungszeichen männlichere Frauen teilweise als ernstzunehmender wahrgenommen werden. Kommt natürlich auch auf den Kontext an, aber dann wiederum auch wieder nicht unbedingt als richtige Frau wahrgenommen werden, aber zum Beispiel eine Frau in einer Chefposition, die beispielsweise einen Anzug trägt und vielleicht auch von der Art oder vom Verhalten etwas dominanter sich gibt, was ja wiederum als männlicher Charakterzug eingestuft wird, dass die ernstgenommener wird, als wenn eine Frau, die nicht ein dominantes Verhalten an den Tag legt oder weiß ich nicht, ein Kleid oder ein Rock dann bei der Arbeit trägt, weil auch unser Bild von dem, was als seriös angesehen wird, häufig einfach auch Anzüge beinhaltet und ja. Ja, aber das kann man auch auf so relativ basic körperliche Sachen irgendwie runterbrechen, schauen wir mal Bodybuilding an, wenn ein Mann irgendwie ein riesen Muskelprotz ist, dann ist das super männlich, wenn eine Frau das macht, dann sorgt das für Verwirrung. Dann wird automatisch gesagt, irgendwas stimmt mit der nicht oder warum macht er das? Es muss irgendwo was falsch laufen. Ja, genau. Vielleicht war sie ja, dann kommt auch sowas mit, ja, vielleicht war sie einfach nie attraktiv und jetzt versucht sie zumindest eine starke Person zu sein, um irgendwas auszugleichen oder irgendwie so ein Mist in diese Richtung. Aber dann ist es auch wieder keine richtige Frau mehr, dann werden halt da die weiblichen Eigenschaften abgesprochen. Also eine Bodybuilderin, die ist bestimmt nicht auf ihre Emotionen irgendwie aus, die redet bestimmt auch nicht über ihre Gefühle oder hat garantiert auch keinen Kinderkriegen irgendwie im Kopf oder so. Eine letzte Sache, die wir noch hatten, war bezogen auf Gefühle beziehungsweise bestimmte Gefühle. Zum Beispiel ist es sehr unterschiedlich bei Männern, Frauen beziehungsweise generell bei Personen, welche Form von Eifersucht sie zeigen sollen oder dürfen und was davon gesellschaftlich akzeptiert ist und was wiederum nicht. Zum Beispiel ein Mann, der besitzergreifend ist und zum Beispiel der Freundin oder Frau verbietet, andere Männer zu treffen. sowas wird tendenziell eher als valide wahrgenommen, als etwas, wo dann die Frau dem auch nachkommen soll. Andersrum, wenn jetzt eine Frau besitzergreifend ist und einschränken möchte, mit wem sich der Mann trifft, das wird dann eher als etwas Negatives ausgelegt, etwas, worauf die Frau nicht bestehen darf. Erstmal sollte keiner von beidem aus so etwas bestehen dürfen. Ich kann sagen, ich bin nur mit dir zusammen, wenn du keine anderen Männer triffst, aber solange alle noch sagen können, ich habe keinen Bock drauf, ich gehe wieder, such dir wen anders, ist noch okay, aber generell keine gute Forderung. Aber es macht schon einen Unterschied auch der Zeit, welche von beiden Partnerpersonen diese Anforderung stellt und wie die Gesellschaft das dann bewertet. Ähnliches gibt es auch mit zum Beispiel Wut, da ist ja auch unterschiedlich wie Männer und Frauen als jetzt mal bewusst binär gehalten Wut äußern dürfen, so dass gesagt wird, ja, das ist ein Mann, das ist okay, weiß ich nicht, ein Wut Ausbruch, bei dem ja vielleicht nicht nur irgendwie derbe Worte fallen, sondern weiß ich nicht, irgendwas zerschlagen wird oder sowas zum Beispiel, da wird dann eher so gesehen, ja, das ist halt ein Mann, da passiert das in einem Wut Ausbruch, das ist ganz normal, das ist okay, so. Und wenn Frauen das gleiche machen, dann wird das gleich wieder so als hysterisch betitelt und als, ja, das war jetzt aber zu drüber, das ist nicht normal, das ist keine angemessene Zuschaustellung von Wut quasi. Oder man geht in die Intersektionalität rein und sagt dann, oh, die kommt aus Kultur XY, die hat halt ein stürmisches Temperament und dann hat man wieder diese Objektifizierung obendrauf. Ja, einmal Objekt und dann auch noch dieses etwas quasi exotisch machen. Gibt's natürlich auch bei Männern generell so, weiß ich nicht, temperamentvolle Italiener oder sonst irgendwas, das geht ja auch vom Grundsatz in eine ähnliche Richtung. Ja, genau. Ja. Das zeigt dir dann eigentlich auch nochmal gut, dass wenn so diese Vorstellung oder diese Objektifizierung besteht, dass das auch für Mann oder für eine männlich gelesene Person schwierig werden kann, dem Idealbild zu entsprechen, also wenn dann eben der Italiener doch nicht temperamentvoll ist oder wenn man es jetzt mal ganz drastisch und ganz böse formuliert, der hyposexualisierte Schwarze Mann dem gar nicht entspricht, dann kriegt er, also dann wird es sehr wahrscheinlich gar kein Verständnis dafür geben, sondern im Gegenteil, dann wird noch so viel auf diese arme Person drauf gehauen, weil eben gesagt wird, warum entsprichst du nicht unserem Bild und das kann nochmal gut als Überleitung dazu genommen werden, dass eben das Patriarchat auch Männer und Jungen unterdrückt, die nicht eben oben stehen, also eben nicht weiß sind, nicht cis sind, die nicht in einem Umfeld aufwachsen, was alle Ressourcen zur Verfügung stellt, sondern das dann eben auch bedeutet, je nachdem, wo man geboren ist oder unter welchen Umständen geboren ist oder in welche Familie man reingeboren ist, dann auch sehr große Schwierigkeiten hat, da rauszukommen und eben zu schauen, okay, kann ich meine Klasse verlassen, also das beste Beispiel für ein rigides Klassensystem ist bis heute Indien, du kannst dort nicht raus, wenn du in der untersten Kaste stehst, dann fliegst du nie, also kannst du nie nach oben fliegen und ich glaube, dass vor allem Kanada, dass es jetzt auch die indische Regierung geschafft hat, dass eben das Kastensystem auch im Ausland weiter besteht, das heißt ein Inder oder eine indische Person vielmehr, die Indien verlässt und nach Kanada zieht, wird dort von einer indischen Person wiederum nicht angenommen, wenn die Person die Vermutung hat, du kommst aus dem und dem Bundesstaat in Indien und bist eben der und der Kaste zugehörig. Also es bedeutet einfach, dass das Patriarchat für alle scheiße ist. Außer für alte weiße Männer, die an der Macht sind. Das war sehr freundlich zu formulieren. Das hält mir immer wieder so vor Augen, dass ich quasi mein Leben im Easy Mod durchspiele. Wobei es auch darauf ankommt, glaube ich, wie man sich selbst verortet. Also ja, natürlich gibt es die Faktoren, die es vielen Männern begünstigt, aber dann spielen ja eben auch psychische Erkrankungen eine Rolle, die das Ganze dann nochmal anders oder in denen es dann eine männlich gelesene Person nochmal viel schwerer fällt, mit den eigenen Privilegien umzugehen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gerade wie eine Entschuldigung klingt, ich meine es nicht so, aber das sind ja alles Voraussetzungen, die man nicht wollte, je nachdem, wie man drauf ist, und dann damit klar zu kommen, aber du, ich werde mein Leben lang davon profitieren, das kann ja sozusagen nochmal eine weitere Hürde nach hinten sein, um zu sagen, okay, das finde ich jetzt nicht so gut. Aber ich will damit das nicht entschuldigen. Ja, richtig, aber das ist ja genau das, dass sich das auch so ein bisschen selbst erhält, weil du bist ja quasi in einer privilegierten Position, wieso solltest du anfangen irgendwie Dinge zu hinterfragen oder in irgendeine Richtung aktiv wirken zu wollen, die dir diese Privilegien wegnimmt vielleicht. Vor allem, wenn die Gesellschaft auch nicht, zumindest im Breiten, nicht an dem Punkt ist, wo viele Leute das hinterfragen, sondern eher so, vor allem auch medial eher an dem Punkt, Männer sind so, Männer müssen so sein und so wie es läuft, läuft es doch gut, also so in die Richtung und ja, das macht es dann sicherlich noch schwerer. Also soll jetzt auch keine Entschuldigung sein, aber es ist auch schwer, das irgendwie richtig zu formulieren, aber es ist so ein, ich verstehe, warum es schwierig ist, das zu hinterfragen oder den Prozess anzuschmeißen, kann vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit, wenn ein Mensch sich mit Diskriminierung auseinandersetzt, zum Beispiel als weiße Person damit, dass wir ja, nur mal rassistisch sozialisiert werden und erst mal sich damit zu beschäftigen und auch selbstkritisch damit zu beschäftigen, das ist ja schon eine ziemliche Hürde, die du nimmst, weil unsere Gesellschaft halt auch an dem Punkt nicht da ist, dass wir das gesellschaftlich hinterfragen, sondern dass es immer Einzelpersonen sind. das heißt, du hast auch gar nicht unbedingt die Personen um dich rum, mit denen du darüber reflektieren kannst, diskutieren kannst oder sowas, sondern es ist eher so eine Sache, die du mit dir alleine machst, zwangsweise häufig und das macht das Ganze sehr schwierig und wenn du auch nur dich hast, also ein Mensch kann sich, glaube ich, auch sehr gut vor sich selbst rechtfertigen, wenn da dann keine Stimme ist, die sagt, hey, das, was du da gesagt hast, ist eigentlich kompletter Bock, Mist, überdenkt das nochmal und ich kann mir vorstellen, dass es dann an der Stelle auch schwierig ist, quasi dann als Person alleine sich damit auseinanderzusetzen, was nicht heißt, dass Mensch das nicht tun sollte und dass es nicht erfolgreich sein kann, aber es macht es sicherlich schwieriger, da dann auch dran zu bleiben oder überhaupt mit anzufangen. Ja, und nachdem jetzt wir es schon von dem Thema Rassismus hatten, wie seht ihr das denn, wenn man sich jetzt eine Welt vorstellt, in der Vielfalt und Inklusion irgendwie selbstverständlich wären, gäbe es dann noch toxische Männlichkeit? Also würde toxische Männlichkeit immer noch funktionieren, wenn man diese ganzen Ismen weglässt, so Rassismus, Antisemismus und den ganzen Kram? Ja, ich würde auch sagen, es sind voneinander unabhängige Strukturen, die sich aber gegenseitig verstärken. Weil ich würde jetzt da reingehen und sagen, ja, ich würde diese Ismen so als Instrument sehen, dass die toxische Männlichkeit vielleicht hernimmt, um ihren Status quo aufrechtzuerhalten. Also passt mir irgendwas nicht in mein Weltbild rein, dann kann ich einen Rassismus draufschmeißen, wenn die Person nicht weiß ist. Ich kann irgendwie meine Homophobie draufschmeißen, wenn die Person nicht cis-hetero ist. Ich kann antisemistisch sein, wenn ich weiß, die Person ist jüdisch. Ich kann hier einen Apotheismus draufschmeißen, ich weiß, die Person ist behindert und damit kann ich die Leute abwerten, kann quasi hier mich wieder als meine Machtposition irgendwie versetzen oder mich darin bestätigen. Also ich würde dir zustimmen. Ja. Ich glaube, die ganzen Sachen begünstigen die toxische Männlichkeit und dass dann Vielfalt und Inklusion selbstverständlich wären, dass dann die toxische Männlichkeit nicht komplett weg wäre, aber definitiv nicht so prävalent. Sie wäre halt eins von vielen Sachen, die nie ganz verschwinden würden. Also ich glaube nicht, dass es sie gar nicht geben würde. Aber es wäre ein deutlich kleinerer Personenkreis, der davon betroffen wäre. Das ist auf jeden Fall irgendwie so eine schwierig zu greifende Frage auch. So, was wäre wenn? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube auf jeden Fall, also ich würde auf jeden Fall dem zustimmen, was ihr schon gesagt habt. Was ich noch denke, ist, dass toxische Männlichkeit und auch die ganzen Ismen auf jeden Fall ein Instrument sind, die das Patriarchat braucht, um zu funktionieren, weil es auf diesem Machtkonstrukt aufbaut, das nur aufrechterhalten kann, wenn bestimmte Gruppen auf- und andere abgewertet werden. Und dazu braucht es dann diese ganzen Ismen. Behinderte Menschen werden abgewertet, also Ableismus, es werden Menschen rassifiziert, es werden ja, queere, LGBTQIA plus Menschen feindlich behandelt. und das braucht es alles, um dieses Konstrukt aufrecht zu erhalten. Und da passt dann toxische Männlichkeit auch gut rein, weil die sich auch diesen Ismen bedient, um sich selber aufzuwerten und andere abzuwerten. Ich würde also sagen, dass das alles Instrumente sind, vielleicht auch Symptome von Patriarchat. Und deshalb würde ich schon sagen, dass toxische Männlichkeit halt auch ein Instrument und Symptom davon ist. Ich denke aber auch, dass es, selbst wenn die Gesellschaftsstruktur anders wäre, dass es immer noch da, dass es toxische Männlichkeit in irgendeiner Form noch gäbe. Es sei denn, Sexismus ist auch komplett weg, das gibt es nicht mehr, Misogynie gibt es nicht mehr. Ich glaube, dann wäre es nochmal eine abgespecktere Version, die von toxischer Männlichkeit überbliebe, aber es beinhaltet ja auch einfach sowas wie zum Beispiel dominantes Redeverhalten und das ist ja jetzt nichts, was unbedingt direkt feindlich ist oder was Mensch macht, weil ich jetzt andere Leute weniger ernst nehme oder so, sondern weil das etwas ist, was beigebracht wird und in dieser Gesellschaft, wo Vielfalt und Inklusion selbstverständlich sind, wird es dann vielleicht irgendwann nicht mehr beigebracht, aber zumindest am Anfang gäbe es ja immer noch die Leute, die das gelernt haben und ich glaube, das wäre dann mindestens eine Zeit lang, gäbe es das noch. Das heißt, es müsste auch irgendwie eine generationenmäßige Veränderung geben, dass, um es ganz drastisch auszudrücken, die Leute, die das noch hart im Kopf haben, wegsterben. Ja, und die, die es noch gelernt haben, dann nicht weitergeben, sondern sich selbst reflektieren und merken, oh, das ist nicht so cool, vielleicht lehre ich das bei meinen Kindern nicht, damit dann die, die kommen, dann bestimmte Sachen einfach gar nicht mehr lernen, wie irgendwelche sexistischen Ausdrücke oder irgendwelche rassistischen Sachen, die ich dann gar nicht erst weitergebe und die dann automatisch dann irgendwann nicht mehr vorhanden sind. Ist dann für die Generation, die dazwischen steht, einmal zwischen der, die sich da eigentlich nicht wirklich drum geschert hat und der, die kommt und dies besser machen soll oder besser können soll auch, die dazwischen stehen, das ist natürlich schwierig, weil du hast es noch gelernt, du wurdest so aufgezogen, du weißt aber, dass es nicht gut ist und musst dann versuchen, es für die, die danach kommen, irgendwie nicht weiterzugeben und das ist sehr schwierig, aber wenn das geschafft ist, glaube ich, dann könnte auch ein Weg von toxischer Männlichkeit komplett passieren. Ich glaube, es wird auf jeden Fall eine Generationenaufgabe sein und es hängt auch ganz stark damit zusammen, dass aktuell die Medien diese schädlichen Bilder auch verstärken und ein gesamtgesellschaftliches Umdenken nötig wäre. Es ist vor allem noch in vielerlei Behörden, es ist aber auch in der Politik noch häufig so, dass eben schädliche Bilder reproduziert werden. Ich glaube, 2013 oder 2011 gab es ja auch noch von der CSU die sogenannte Kochprämie oder Herdprämie für Frauen, die zu Hause bleiben sollen, die ja auch wieder eine bestimmte Art und Weise von Frauenbild zementiert und wenn man jetzt nochmal auf diese Objektifizierung der Frau geht, dann kann man auch nochmal kritisch erwähnen, dass 1993 erst die Vergewaltigung in der Ehe als strafbar gemacht wurde. Also das ist einfach eine transgenerationale Aufgabe, die nicht sofort stattfinden wird. Und diese natürliche Vielfalt, man muss den Begriff natürlich da kritisch sehen, weil das ist auch eine Definitionssache beziehungsweise hängt von der jeweiligen Perspektive an, ab, aber die ist halt an sich runter repräsentiert beziehungsweise wird einfach nicht zur Repräsentation kommen, weil ihr dafür die Kraft fehlt, da reinzukommen und eben dass bestimmte Bilder und bestimmte Verhaltensweisen, die toxisch sind, auch romantisiert werden. Also da kann man jetzt gut sagen, eben der Mann, der nicht möchte, dass seine Frau ein Sozialleben hat, der möchte sie ja nur schützen vor den anderen. Also ein sehr gutes Beispiel dafür finde ich ist das Verbot von der deutschen Frau, dass sie rausgeht, dass, oder wenn eben der Mann sagt, nein, du darfst nicht rausgehen, du, ich möchte das nicht, dass sie von irgendwelchen nicht aus Deutschland stammenden Personen verführt werden könnte oder eben vergewaltigt werden könnte. Und das ist ja eine ganz klare Romatisierung von einer Verhaltensweise, die nicht geht. und andere Punkte in den Medien sind zum anderen auch sexistische Schlagworte, reißerische Headlines, bestes Beispiel dafür ist eine bestimmte Zeitung mit vier Buchstaben und eben auch Androismen und dass auch Gewalttaten in Familien oder Gewalttaten, die durch Männer ausgebildet werden, an Frauen und an Kindern eben als Familientrauma bezeichnet werden oder als Sexattacke und eben das Sex immer noch selbst, also eben dass der Fokus auf das Verlangen und auf den Sex bezogen wird, auch bei Straftaten und immer der Diskurs dadurch verschrieben wird. Also häufig ist es ja auch noch so, dass wenn eben Frauen vergewaltigt werden, dann wird immer gefragt, was hatte sie denn an, was komplett irrelevant ist, aber dann eben gesagt wurde, der Mann konnte sich nicht kontrollieren, der Mann muss, also die Frau muss ja berücksichtigen, dass der Mann das nicht schafft und das geht sowohl in diese Objektifizierung rein, als eben auch Sex und schlussendlich so eine kleine Wiederholung von dem, was ich gerade gesagt habe, aber was das nochmal sehr gut auf den Punkt bringt, eben, dass Femizide nie als Femizide oder sehr wenig als Femizide bezeichnet werden, sondern immer als Familien- und Beziehungsdrama dargestellt werden und eben das Opfer an die Schuld dadurch nehmen, anstatt klarzustellen, nein, das war ein absichtlicher Mord eines Mannes, eher absichtlicher Mord einer Frau durch einen Mann. Ja, und dann kommt noch dazu, nicht nur, dass es nicht nur irgendwie Beziehungsdramen sind und da Männer Frauen töten, weil sie Frauen sind, sondern auch noch, dass da gesellschaftliche Strukturen und Verhältnisse mit rein fallen und auch der Staat in der Verantwortung ist, bei solchen Feminiziden, was aber nicht benannt wird, weil wenn ich das als Beziehungsdrama betitel, dann ja, fokussiere ich alle Schuld und alles, was damit zu tun hat, auf die Beziehung an sich und alles, was in der Beziehung passiert, maximal und lasse aber komplett auch außer Acht, dass wir da auch als Gesamtgesellschaft eine Verantwortung haben, also nicht jetzt in der Schuldfrage in diesem Einzelfall, aber da, dass es so viele Feminizide einfach gibt, da hat auch mit zu tun, wie die Gesellschaft damit umgeht, wie die Gesellschaft mit Geschlechtern und Geschlechterrollenbildern umgeht und generell einfach mit verschiedenen Menschen, was der wie der Staat auch mit verschiedenen Geschlechtern umgeht, haben alle die gleichen Rechte, haben alle nicht die gleichen Rechte, was sind die Auswirkungen, wenn eine Person mit dem Geschlecht A etwas macht, was die Auswirkungen, wenn es aber im selben Fall eine Person mit einem anderen Geschlecht ist und das alles wird dann durch das Wort Beziehungsdrama oder Familiendrama komplett weggelassen und es wird auch in gewissem Sinne runtergespielt weil wenn es ein Drama ist, dann muss da ja was Schlimmes passiert sein und dann muss ja an einem Drama ist nicht nur eine Person schuld da sind viele dran schuld und das ist was was sich aufgebaut hat und wo verschiedene Sachen passiert sind damit es zu diesem Drama kommt und es verzerrt einfach das Bild komplett und nimmt dann nicht nur die Verantwortung von Täter in sondern auch von der Gesellschaft die leider immer noch dazu beiträgt dass wir zum Beispiel solche Taten als Beziehungsdramen betiteln und dass sowas wie toxische Männlichkeit jetzt langsam erst etwas ist wo wir mehr drüber sprechen und toxische Männlichkeit spielt da auch eine Rolle deswegen ist so Worte sind wichtig und die richtigen Worte an der richtigen Stelle sind auch richtig und ich muss auch Sachen korrekt benennen damit ich auch was dagegen tun kann und damit auch klar wird was es jetzt eigentlich bedeutet was vielleicht auch dahinter steckt ja definitiv also ich habe auch erst anfangen können richtig anfangen können diese Strukturen in mir selbst zu hinterfragen auch als ich dieses Wort kennengelernt und in dem zusammenhang können wir theoretisch auch übergehen zu der thematik von kritischer männlichkeit weil das effektiv dann der punkt ist mit ja wie setzen wir uns denn jetzt kritisch mit diesem ganzen kram auseinander und was gibt uns irgendwie oder was fangen wir damit an wenn wir da jetzt mal passende wörter dafür gefunden haben und genau so geht es dann den den begriff der kritischen männlichkeit die effektiv halt dann die kritische auseinandersetzung mit den toxischen männlichkeitsrollen bildern irgendwie ist und die irgendwie versucht neue wege und bilder von männlichkeit zu erarbeiten und zu suchen genau das heißt zum einen halt gesamtgesellschaftlich halt irgendwie gucken dass man männlichkeitsbilder und die männlichkeitsanforderungen sowie dementsprechend die toxischen verhaltensweisen und den verknüpfungen die verknüpfung mit sexismus irgendwie sichtbar macht dass man sich irgendwie anschaut wie funktioniert da die sozialisierung in diesem zusammenhang wie kriegt man das irgendwie geändert muss irgendwie ein bewusstsein dafür schaffen dass effektiv alle so ein bisschen dafür verantwortlich sind dass hier diese struktur aufrechterhalten wird und muss halt irgendwie gucken dass man halt eine neue männlichkeit quasi braucht die irgendwie anstrengsam ist weil ansonsten leuchtet man halt irgendwie die gefahr dass man wieder irgendwie von den freischen ideologien irgendwie rekrutiert wird die einen halt in seiner männlichkeit irgendwie bestätigt das geht halt sehr also ich glaube wenn man da irgendwie sehr weit geht dann dann führt man halt dann landet man wieder bei irgendwelchen konservativen rechten kreisen wenn man in die usa schaut dann sieht man dann sieht man dass gerade da irgendwie dieses diese ganze narrative die da aufgebaut werden am ende dann zu irgendwelchen mass shootings führen die halt durch diese ismen irgendwie bestärkt werden und die leute so weit bringen dass sie nicht einfach nur schauen dass sie ihre machtstrukturen irgendwie aufrechterhalten wollen sondern halt dann auch in die richtung gehen dass sie mit gewalt diese durchsetzen müssen und darin dann tatsächlich wieder irgendwie versuchen die anerkennung von anderen zu erhalten also ich denke jetzt da spontan an ich weiß nicht mehr was das für ein mass shooting war aber es gibt da dann irgendwie diese diese leute die dann auf das auf twitch gestreamt haben wie sie mit gewehr irgendwo losgegangen sind und auf der straße leute erschossen haben oder ich kriege es nicht mehr zusammen aber das war ich glaube der hat eine moschee gestört ich glaube das war der Täter von Christchurch wenn ich mich nicht täusche der das live gestreamt hat wie er Leute umgebracht hat ich weiß nicht ob es twitch war oder ob es facebook war aber das entspricht genau dem was du eben sagst mit welche männlichkeit kann alternativ dazu aufgebett werden zu so einer männlichkeit die eben dazu führt dass man sich über solche taten die anerkennung der kreise holt die man ansprechen möchte eben diese konservativen rechten kreise und ich glaube zusätzlich dazu gehört es eben auch noch dass man kontinuierlich männlichkeitsanforderungen toxische verhalten und die privilegien von männern hinterfragt und die vorherrschenden stereotypen normen aufbricht um eben zu schauen was gibt es da für alternativen was sind die ursachen oder worin liegen die ursachen und welche privilegien sind da und können aber auch abgegeben werden beziehungsweise wegfallen und die hauptgruppe davon sind ja eben männer oder männlich sozialisierte menschen da ist es wichtig dass es eben zu einer selbstreflexion kommt dass die eigenen privilegien gecheckt werden dass selbst kritik platz hat und auch durchgeführt wird eben und auch akzeptiert wird dass die eigene position im vorherrschenden macht verhältnis kritisiert wird der feminismus ernst genommen wird und als eigentlich der erste schritt weil ohne den wird das nicht funktionieren eben das sexistische verhalten geändert wird und eben es auch geschafft wird zu schauen welche männlichkeit kann alternativ angestrebt werden dass eben weniger vergleiche und rangstreitig dann rangstreitigkeiten untereinander stattfinden müssen bei die in einem alternativen männlichkeitsbild eben nicht mehr notwendig sind und dann ist zweit noch ganz wichtig dass eben die Bedarfe für Safe Spaces von und für Flinte akzeptiert werden ernst genommen würden und dass eben bestimmte Räumlichkeiten Flinte Räume einfach hingenommen werden und Männer nicht mehr diese oder eben Flinte anfeinden weil sie es zum ersten Mal erleben dass sie ausgeschlossen zu werden und eben dazu auch gehört dass die Männer oder männlich gelesene Personen sich zurücknehmen und Flinte an Raum geben da gibt es auch ein sehr gutes Beispiel für ich glaube Freizeitparks ist es sogar dass eben in ganz vielen Freizeitparks die nur für männliche Jugendliche ausgelegt sind in dem Sportplatz da ist in dem eben große Felder da ist wo man Fußball spielen kann wo man Basketball spielen kann aber so Plätze oder Möglichkeiten um einfach miteinander da zu sitzen miteinander zu sprechen die gibt es gar nicht und dann übernehmen die männlichen Jugendlichen teilweise komplett diese Freizeiträume und männlich gelesene Personen die aber nicht diesem Ideal entsprechen oder andere Vorlieben haben die haben da gar keine Chance sich auszubreiten werden automatisch durch die Architektur durch die Gestaltung des Freizeitparks ausgeschlossen und als letzter Punkt ist eben auch noch dass eben die Kehrarbeit übernommen wird und dass Emotionen gezeigt werden können und auch akzeptiert wird und das finde ich ist ein sehr schöner Punkt dass Mensch nicht alles verstehen muss um sein Verhalten zu ändern das muss nicht alles begründet werden sondern man kann es auch einfach akzeptieren und dementsprechend sein Verhalten zeigen und als eine Personengruppe die darunter eigentlich am meisten zu leiden hat ist es aber auch nochmal wichtig dass alternative Männlichkeitsbilder unterstützt werden die Anforderungen reduziert schrägstrich modifiziert werden und anerkannt wird dass eben das Geschlecht wie wir es kennen wenn man es jetzt so binär formuliert nicht mehr funktioniert und eben ein alternatives Männlichkeitsbild aufgebaut werden muss das nicht toxisch für alle ist und dass natürlich auch Emotionen bei Männern nicht abgewertet werden sondern ernst genommen werden und den Männern auch signalisiert wird wenn sie sich öffnen dass sie nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen damit dass keine negative Erfahrung für männlichen Jugendlichen oder männlich gelesene Personen sondern eher eine mutige so wie du es ein bisschen gesagt hast florieren das war ich sehr spannend vorhin dass du irgendwie gesagt hast du hattest eigentlich erwartet oh Gott was denken die jetzt von mir und eigentlich war es eine total positive Erfahrung und das sollte viel öfter stattfinden damit es eben bei immer mehr Jugendlichen passiert und als ein weiterer Punkt ist natürlich auch dass Mainstream Sichtweisen herausgefordert werden müssen und die toxische Männlichkeit demontiert werden muss und dazu gehört eben auch dass das Denken sich weit wegbewegt oder kritisch reflektiert dass es einen Einfluss kolonialistischer Bräuchenormen und Ideen zur Race Geschlechts Sexualität und Orientierung gibt und die Intersexualität viel mehr Platz daran findet dass eben akzeptiert wird es gibt Personen die von mehreren Ismen betroffen sind und nochmal ganz wichtig dass die Struggles von Männern und Frauen unterschiedlich sind und beide ihre Berechtigung haben und dass der Weg von der toxischen zur kritischen Männlichkeit den Weg freimacht für das Aufbrechen weiteren Normativitäten und dann wäre eben jetzt nochmal die Frage direkt darauf bezogen was könnten denn alternative Männlichkeitsbilder sein und dazu gehört zum einen dass man Emotionen A zulässt und sie auch dann zeigt dass man Schwäche oder vielleicht auch Fehler zulässt schräg schräg akzeptiert und Verantwortung für diese übernimmt dass Carearbeit übernommen wird wie eben dass ein fürsorglicher Vater nicht nur die zwei verpflichteten Elternzeitmonate übernimmt sondern einfach zwölf Monate und nicht nur in Urlaub mit dem Kind geht Entschuldigung da bin ich auch wieder kurz in den Rentenmodus gefallen und eben auch ein psychisch kranker Mann in therapeutische Behandlung geht und ace-männliche Personen die keinen oder wenigen Sex haben einfach so akzeptiert werden und nicht die ganze Zeit hinterfragt werden und dass das Bild des männlichen Bottoms auch aufgebrochen wird da kann man noch mal darauf verweisen dass eben Bereich Intersektion also vor allem eben hegemonial Männlichkeit entschuldigung dass Asian Americans häufig genau in diese in dieses Labeling reinfallen was zum Beispiel männlicher Bottom geht wurde aber jegliche Männlichkeit klassische Männlichkeit abgesprochen wird sondern dass es einfach akzeptiert wird und nicht als eine Schwäche gesehen wird oder als etwas was zu kritisieren zu degradieren ist und dass auch ein muskulöser man Make-up tragen kann und cis Männer lange Haare Röcke Kleider Nagellack Make-up etc. aber das gleichzeitig wiederum nicht als Entschuldigung für ein sexistisches Verhalten verwendet wird also da finde ich kann man noch mal kritisch anmerken dass manche Männer denken ich habe lange Haare und ich trage vielleicht auch meinen Rock und mache mir schön Nagellack auf meine Hände dann kann ich ja gar kein Sexist sein dann nach Hause gehen und ihre Freundin sagen räume mal bitte die Spuhmaschine aus ne funktioniert aber nicht so also da muss man leider noch mehr machen als sich nur den Nagellack da kann es auch ein bisschen helfen und den Schein von der Kita abholen so rant Modus off sorry aber da würde ich dir voll zustimmen das sind halt effektiv Männlichkeitsbilder die auch gerne irgendwie die Präsentation in den Medien finden sollten also effektiv müssen es viele Männer vielen anderen Männern vormachen dass es auch so geht und dem muss mit Respekt begegnet werden und darf nicht direkt im selben Atemzug in irgendeiner Weise wieder abgewertet werden und ich glaube dann kann das auf die Dauer irgendwie funktionieren dass da ein bisschen Umdenken passiert so und für die Lexikon-Ecke haben wir euch das Wort Othering mitgebracht der Begriff kommt aus dem Englischen das heißt andersartig also es ist effektiv die Andersmachung und die beschreibt effektiv die Distanzierung und Differenzierung zu anderen Gruppen um so die eigene Normalität zu bestätigen das ist ein Konzept aus dem Kontext der postkolonialen Theorie das ist ein interessanter Read das könnte auch mal noch ein Lexikonbegriff werden bedeutet effektiv dass man sich von einer Gruppe abtrennt und dieser anderen Gruppe negative Eigenschaften zuschreibt um sich damit von dieser Gruppe mit der eigenen Gruppe abzugrenzen und das ist effektiv dann so ein ständiger Akt der Kategorisierung letztendlich eine Unterscheidung die dazu führt dass man halt dann von uns und von den anderen redet jetzt mal so ein bisschen ein absurdes Beispiel zu bringen weil leider gibt es viel zu viele konkrete Beispiele in einer echten Welt stelle ich mal folgendes Othering auf ich habe eine große Nase stellt euch mal vor da drüben die Leute mit einer kleinen Nase die haben bestimmt keinen so ausgeprägten Geruchssinn vielleicht riechen die sich nicht so gut vielleicht kriegen die nicht mit wenn die mal eine Dusche vertragen könnten könnte jetzt also daraus zu schließen sein Leute mit kleinen Nasen haben echt Hygieneprobleme also haltet euch besser mal von denen fern da muss man echt aufpassen so viel dazu in der Kulturecke haben wir euch heute Letters to an Asexual von Ivy mitgebracht das ist Folge 92 auf dem YouTube Kanal von Swank Ivy von Ivy oder auch Julie Sondra Decker kennt ihr vielleicht auch schon das Buch The Invisible Orientation An Introduction to Asexuality In dem Video thematisiert Ivy einen Kommentar der bei einem früheren Video kam und zwar Sie spricht darüber warum manche Menschen Label wie Cis als Beschimpfung und oder negativ wahrnehmen und darüber dass Cis hetero Männer nicht die einzigen sind die asexuelle Menschen attackieren außerdem redet sie darüber dass TERFs wohl vermehrt auch hinter asexuellen Menschen her sind und wie Transsein und Asexualität in deren transfeindlichem und trans ausschließendem Weltbild verknüpft sind und als schlecht dargestellt werden und wie sehr das auf Missinterpretation Falschannahmen und Feindlichkeiten fußt zum Ende geht sie dann nochmal darauf ein wie die meisten Belästigungen die sie erfahren hat von Cis-Männern kamen aber auch auf solche von zum Beispiel älteren Cis-Frauen oder auch von einem schwulen Mann ich fand das Video sehr gut vor allem die verschiedenen Punkte nochmal miteinander verknüpft und in Verbindung gebracht zu sehen und das zeigt außerdem gut dass Reden über Privilegien und Machtverhältnisse von manchen als Bashing als Schlechtreden wahrgenommen wird obwohl es um das Ansprechen existierender Machtsysteme geht und wie wir hier in der Folge schon gemerkt haben kommen Feindlichkeiten nicht immer nur von denen mit den meisten Privilegien alle können bewusst oder unbewusst bestehende unterdrückende Systeme oder Systeme allgemein stützen Jedenfalls guckt guckt euch das Video sehr gerne an es lohnt sich am Anfang sind die CNs vorangestellt und mit knapp 33 Minuten geht es von der Länge vielleicht auch und ja für alle die die es brauchen oder denen es hilft gibt es auch ein Transkript und es gibt Untertitel fand ich selbst auch sehr hilfreich ja und ansonsten findet ihr den Link in unseren Shownotes und dann kommen wir nun abfließend zum Punkt was nehmen wir aus der Folge mit und bevor ich die Frage selber beantworte würde ich die einfach mal in die Runde geben also ich habe so den Eindruck dass wir dadurch dass wir auf dem Aceback unterwegs sind und quasi eh schon dabei sind die ganze Zeit gesellschaftliche Normen zu hinterfragen eigentlich schon mal relativ gut aufgestellt sind um irgendwie uns auch mit der toxischen Männlichkeit und dementsprechend mit der kritischen Männlichkeit auseinander zu setzen jetzt müsste man das nur noch der Allgemeinheit zugegänglicher machen ich denke was ich aus der Folge mitnehme ist einmal dass das Thema bedeutend komplexer ist als ich dachte im Sinne von wie immens viele Intersektionen es gibt und wie die Intersektionen aussehen mit toxischer Männlichkeit das ist kein klar abgrenzbares Thema oder sowas es war mir vorher klar aber was da alles dahinter steckt und stecken kann in der Form dann auch nochmal zu recherchieren und nochmal so kondensiert zu sehen das war schon krass und ich glaube aber auch wichtig und was was ich ansonsten noch mitgenommen habe was mir vorher auch gar nicht so klar war dass dieses nachts auf der Straße Angst haben nicht nur für weibliche weiblich gelesene Personen für Flinter Personen also auch für mich echt unangenehm ist sondern dass es auch einfach für männlich gelesene Personen ein scheiß Gefühl ist wenn ich da rum laufe und ich habe Angst und wechsel die Straßenseite oder sowas ja dass es einfach für keinen schön ist ja also ich nehme mir auch mit wie viel Intersektionalität und andere Diskriminierungsformen da tatsächlich noch mit reinspielen und wie viele Systeme es tatsächlich sind die sich dann gegenseitig beeinflussen und bedingen ich glaube mir persönlich er war nicht bewusst was die Intersektionalität betrifft dass es alle betrifft und vor allem wie stark Männer davon selber betroffen sind damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angelangt und das heißt es bleibt mir nur noch mich zu bedanken die Redaktionsleitung dieser Folge hat Delphine übernommen also ich im Vorbereitungsteam waren Finn Chris Delphine Noah Luke Domme und Elias dabei und den Schnitt wird Melle übernehmen lieben Dank dafür außerdem freuen wir uns wie immer natürlich über Feedback Anregung Kritik oder auch wenn ihr uns einfach nur mal Hallo sagen wollt immer gerne dafür findet ihr unsere Kontaktmöglichkeiten auf unserer Website unter Inspektrin.eu wir sind aber auch auf Instagram unter Inspektrin.podcast auf Mastodon, Facebook, X, YouTube und auf dem Inspektrum Discord Server im Kanal Inspektrin.podcast Ihr könnt uns aber natürlich auch eine E-Mail schreiben an unsere Mailadresse Inspektrin.gmx.net Also meldet euch gerne und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020